Gerechter Lohn, gute Investition, Work-Life-Balance, wir brauchen TELUS, Adrenalin permanent, neuer Assistent, auf den Segeltörn, viel Invest und kein Return, wenn der Chef denkt, haben alle Pausen. Die Weihnachtsfeier, was für eine Sause, wenn der Chef denkt, dann wird alles gut, und der Maschenbecher, ehrlich, die liegt nun. Führenwagen, natürlich Mittagkarte, die Stempel-Uhr am Oster an den Steigtisch. Alle haben Ohren, auch keiner zu bereichen, nächstes Jahr an Denken, ein paar Tage zu streichen. Wenn der Chef denkt, haben alle Pausen, die Weihnachtsfeier, was für eine Sause. Wenn der Chef denkt, dann wird alles gut, und der Maschenbecher, ehrlich, die die Glut. Wenn der Chef denkt, dann wird alles gut, wenn der Chef denkt, dann wird alles gut. Wenn der Chef denkt, dann wird alles gut. Wenn der Chef denkt, dann wird alles gut. Untertitelung des ZDF, 2020